Willkommen zurück zu Vampire The Masquerade The Bloodlines. Wir haben für Mercury angefangen zu arbeiten, haben ihm erstmal geholfen, dass er selber überlebt. Haben ihm aber dann auch noch das Astralide und ich denke mal sein Geld wieder besorgt. Und bevor wir uns jetzt hier zurückbegeben, werden wir nochmal ganz kurz mit denen hier reden. Aber wir wollen mal herausfinden, ob die nochmal irgendwas für uns haben. Wissen Sie, wer der Head Vampire ist? Was sprachst du? Wenn der Head Vampire stirbt, werden wir alle wieder human werden, oder? Äh, only in the movies. No, I think it's permanent. You can try not to let your condition defeat you. You can stay out of my way. Yeah, sorry, good luck. No, 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 no. I don't want this. I want to be human again. Guess what, it's not going to happen. The Dead can never live again, but they can survive, do you understand? Then you are doomed to die again. You don't deserve to be one of us. The Dead may, it can never live again. It's going to be a K-Champ. The Dead may, it's going to be a K-Champ. Oh. I'm a new Manchi. Dafür bekommen wir jetzt richtig gesehen ab. Yes. Ja, so wichtig ist beim letzten Mal. Wir hatten versucht, noch mal mit Stairs zu arbeiten, aber es hat selbst mit einem Punkt in Stairs nicht funktioniert. Also haben wir immer noch mal drei Punkte offen. Listen, it's like I've told you, it's bad a thousand times now. We know we can't hunt around here, all right? We're minding our own business. No reason to hassle the weaklings. Um, what are you talking about? That's cool. Mind if I chill with you? This is my beach, now get out of here. What are you talking about? You mean you ain't here to run us off? No, why would you think that? No, is that common? Yeah, I am. What are you going to do about it? No. We're getting pretty sick of it. Someone sighting Domain, or in the worst case, is hunting us for sport. What why? What's wrong with you? This place is bead. I'm out of here. What why? Dunno. We all seem to have come down with the same disease. Who am I kidding? We're a bad horror show, all right? We seem to be the runts. The mistakes. You types call us Thinbloods. I say we're all equally screwed. Thinbloods? But what clan are you from? I'm new to this myself. What's the Thinblood? How did this happen to you? This scene is dead. I'm out of here. How did this happen to you? I'd just come to town for the surf tourney. Seems like years ago, but it's, well, been about six months now. Every night during the finals, I used to hit the local diner after the beach parties fizzled out in the A.M. That's where I met her. Met who? She had a natural beauty. Not like all the plastic dolls littering the sand. Her name was Lily. I remember introducing myself. The way she seemed grateful for the company. Well, a few nights after our meeting, we were on the beach alone. Whoa, look at the time out of here. Go on. She tried to tell me what she was, but I didn't understand. And so she showed me. I was furious with her when I took it all in. I cursed her and left, never really knowing what I was. I realize now how she must have felt. So here I am now. A mystery to myself. Is Lily dead? Hate to break it to your friend, but you're all vampires. Maybe I should look into this whole Thinblood thing. Is Lily dead? Clinically, yes. But honestly, I don't know. I suppose I'd have moved on by now if I didn't think she'd show up one of these nights. There's a lot I've got left to say to her. You do know your vampires, right? Are all of these other here Thinbloods as well? Maybe I should look into this whole Thinblood thing. I hope you have better luck than I did. No one's been particularly friendly to me in this city. Only reason we're in Santa Monica is because we haven't been chased out yet. You do know your vampires, right? Are all of these other Thinbloods here Thinbloods as well? I go also around and see what I can take up. Hi. Most of them just recently arrived in LA. I got chased off by the Sabbath or some such thing from their home cities. They're more in the dark than I am. They're a good bunch, but they've been through a lot. It's affected them. Was macht sie da gerade? Um... You do know your vampires, right? That's what Lily tried to tell me. But what I don't understand are the rules and the terms and the reason some of them are at our throats claiming we're harbingers of the apocalypse. That's what I want to know. I'll get back to you if I hear anything. You have me. No, no, you are going to China. What are you talking about? Why is he smiling? The father. Is it the father behind him? Uh, you're not making any sense. You chased it for the one at the top of the city. On the sea. Oh, on the ground. We found it in the crypt. It's open. Oh, it's open. Oh, God. Oh, God. Run. Uh, I don't understand. Uh, I'm sorry. Sometimes I see nothing. Disregard what I say. Uh, come on, tell me more, I guess. I don't know what I'm saying. Forget what I say. You can tell me my fortune. I'll pay you. If you don't want to talk, fine. Goodbye. So, and then was noch einer. Du. Eh, 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 evening. Are you okay? It's nothing. Sorry to bother you. Goodbye. Why do I scare you? No, no, no. I have a speech problem. Sorry, sorry. Sorry to bother you. Okay. Damit haben wir das auch. Okay. I don't want nothing. Bubble. Okay, um, yeah, wir könnten nochmal hier hochgehen, aber für jetzt gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz, ob es hier nochmal irgendwelche anderen Sachen gibt. He is interested in knowing what Thinbloods are. He knows only what his sire, Lily, told him before he parted ways with her. You might want to check out the south side of Dinah in town and see if she's there. So, so far you retrieved the astralite. You should return to him and find out what the next step should be. Gruesome remains were found in Santa Monica Pier. Maybe we should look into this. Ich meine, das können wir vielleicht noch ganz gerne machen, wenn wir hier eh schon sind. Einfach nochmal zu dem Pier uns begeben, weil der hat man bei dem ein Foto ja gesehen gehabt, dass der an so einer Laterne festgehangen worden ist oder ähnliches. Und vielleicht ist es hier irgendwo zu finden. Zumindest hat man von Entfernung ja gesehen, als wir da oben bei dem Haus waren. Dass auch Polizei weiterhin hier beim Pier unterwegs war. Das sieht leicht merkwürdig hier aus, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich hier sein darf. Aber du hast noch kein Problem damit, ey. Ich marschiere hier gerade so ein bisschen gepflegt einfach durch. Bubblegum. Call of Duty. What? Blood Quest. Pitfall. Also ein Activision-Game. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier sein darf oder nicht. Dementsprechend lasse ich mal ganz kurz hier sicherheitshalber. Und ein Save anlegen. Oh, da ist er. Hi. Natürlich alles leicht ungesund aus. Okay. Nehmt einfach, ja. You saw the murder scene on the pier. But weren't able to find out anything significant about the killer. Except that the killing was extremely blutthousish and beast-like. ist vielleicht ungesund aus aber sonst da ist auch ein geringer bereich wo man durchgehen kann aber auch mehr nicht wirklich ich bin ich davon aus dass wir irgendwann die fähigkeiten haben wir über über zu springen oder hier zum beispiel nevermind also aus als könnte man hier durchgehen man sieht man kann jemand draufstehen aber mehr auch wiederum nicht ist drin ist einfach nur unsichtbare wand schade eigentlich ja muss ich wenn man einfach vorbeikommen können aber das sagt man im entwickler war nur dass man da gerade eben nicht lang soll oder wenn man lang soll dann würde das spiel das irgendwie hervorheben oder dann erlauben einfach gut hier unten ist uns soweit nichts also würde ich sagen gehen wir mal ganz kurz zurück und ich erspare euch mal den weg so ein bisschen so zurück bei mercury ja das morphin wird dir ein bisschen helfen aber auch nicht wirklich mercury und gott das flight back ja wistow sons of bitches an in order to bear in my way good great people did you get my money back uh here this so your life saver i might have to buy some new kidneys with this market to get to follow on well what am I supposed to do now so what's the story with this astralite that astralite twice as powerful as tnt instant demolition be on the other side of the world when you engage that timer you need to make some place disappear a warehouse looks to be a sabbat interest uh how do I find this place what do you know about this warehouse what's a sabbat come on uh das haben wir gelernt what do you know about this warehouse i heard a lot about that operation well I'd love to get in there get my hands on the equipment they've been unloading but it'd be suicide to walk in there got a small army of trigger happy types and they're all packing I don't know maybe maybe what well there's a guy I never met him but I heard a lot about him his name is Tong Bertram Tong he's one of you types if there's anyone who knows more than me about this city it's him unfortunately Tong's hiding out at the moment what why Tong's laying low cause of Therese Therese Vormann you know her anyway word is Therese and Tong are feuding I don't know the details Mike takes that Tong thinks he's about to get whacked so he's gone underground till Therese calls it off if you want to put that warehouse into orbit anytime soon you're gonna have to get Therese to call off the feud where can I find her oh shit so what do you know about this Therese chick where can I find her she ain't a sister Jeanette they run the asylum some freaky customers frequent that place I try not to do business there what can you tell me about her about Jeanette I had questions about something else she's the woman around here power player nice looking broad for a dead chick but personality like stone oh boy um other question who exactly what's to tell well I can get anything anyone wants at any time could say it's my calling till the Astrolite wasn't anything I couldn't handle well back east some shit went down Big Apple can't go back I hate LA but what are you gonna do you said something about the blood I had some other questions about people a question about Santa Monica specifically um tell me about some of the powerplayers in Santa Monica nowhere can score some guns you said something about the blood oh my hands who exactly uh... Jeanette hatten wir gerade ich wollte eigentlich die andere Nummer hören oder es auch was immer Therese Therese I don't like but I can respect her Jeanette ist different I don't know what to make of her she's a little you know in the head I don't know Therese is well like you and I would think so is Jeanette but I hear rumors about her rumors alright Jeanette got a body built for bedrooms and I got close acquaintances says they conquered that territory but I asked the main man and he says you types you know can't or don't or do that kind of thing anyway whatever she is I hear Jeanette's a wild girl aha interesting I guess so wir haben ein paar Punkte bekommen fünf mittlerweile nice damit könnte man theoretisch was anfangen zumindest in ein paar Kategorien eine Frage ist wo man da ernsthaft ich jetzt hinarbeiten sollte presence you do as enemy effectiveness in combat all levels of presence cost one blood eh das kostet bereits zehn wow okay dann machen wir erstmal noch gar nichts die Frage wird jetzt nur sein wo wir uns hinbegeben so has told you about a warehouse being used by the sabbat that must be infiltrated and destroyed the problem the problem is that the bottom the only person who might be able to get you in is in hiding because of a feud with her ah to get to get tongue you have to find some way to call off the feud das wird vermutlich leicht umständlich so ja ich werde trotzdem mal ganz kurz hier rüberspringen he is interested in knowing what then bloods are he know ne was a sire hat out soft side diner in town sagen wir mal ansteuern da werden wir einfach noch nicht mehr wissen äh has invited you to some downtown Los Angeles you need to find him his invitation after cryptic riddle whatever so gucken wir mal ein bisschen weiter um gallery noir die Gartessen restaurant fine wine shop und eine coffee house so was haben wir denn hier we are moving coffee shop is moving into a new location on the main boulevard in hollywood die kann man so must be with it also sehr soon ja und sonst darf ich da also nicht mehr rein die asylum ist da hinten ich glaube nicht dass ich aktuell was davon habe in die klinik rein zu rennen das ist zu da war nichts wirklich interessantes bisher na dann gehen wir doch einfach mal ganz kurz darüber da drin waren wir megahertz zu aha zumindest für uns erstmal wo ich mich halt frage ob man irgendwie eine brute forcing option nutzen könnte auch wenn ich gehe mal von aus die optionen zu viele sind oh ich kann auch gar nicht erst versuchen auch wenn hier ja nur das icon wirklich halt ein keypad oder ähnliches zeigt ist also nicht einfach wo man irgendwelche nummern einfach nur eingeben muss achso das hatten wir glaube ich beim letzten mal gesehen gehabt ich dachte das wäre der gleiche weg nee das ist was anderes faxie boxe da darf ich nicht durch hi die asylum da sind ein paar leute ein doomsayer irgendwo okay whatever so da können wir nochmal hingehen was würde ich auch sagen machen wir bevor wir uns zum asylum begeben okay dann machen wir einmal hier einen quicksafe wo sieht es nicht fragwürdig aus ein mädel was vielleicht lilly sein könnte aber nicht zwingend der fall sein muss und sonst dürfen wir nirgendwo anders hin alles klar dann fangen wir doch mit ihr einfach mal an wenn wir dürften no okay dann bist nur du hier oder sie was soll es sein die cream ist curled i can smell it and i think those are reds dropping there um you ever see any pale kind of strange types in here late at night my guess you don't serve my kind here goodbye something i can help you with uh surely out there tonight um you seem troubled got anything on your mind do you like santa monica who does um i don't see how that's any business of yours sorry didn't mean to intrude goodbye then okay guy will uns nicht helfen hier ist sonst keiner du bist mir nicht rede wand okay dann raus hier hmm okay hey need a date was hast du vom rücken sieht sehr merkwürdig aus okay um the asylum ganz kurz nochmal trotzdem einmal rundherum latschen gucken ob es hier nochmal irgendwas anderes gab aber ich glaube ja hier waren wir schon mal es gibt also wirklich nur einen Eingang oh boy here we go habt ihr nochmal irgendwas zu sagen nope oh here we are what do we have here another scrumptious young plaything straight out of life and into my club hmm you smell new little boy like fabric softener do on freshly mowed astro tour hmmm i'm not frightening you am i duckling so who are you frightened isn't the word i would use exciting is more like it what the hell is your problem und leave me alone number what's fine haha i can tell you and i are going to get along just like fire hoses uh... whatever who are you i'm the finger down your spine when all the lights are out and the name on all the men's room walls when i pout the whole world tries to make me smile and everyone always wants to know who is that girl do you have a name aren't you the t's got a name i can remember you by i am janet and this bit of chaos crammed in a certifiable giggle is my club i just love to give you funny feelings all night sweetheart but i really must trouble with some business we'll reunite sweeten soon i promise ... ... okay goodbye soon can come soon enough goodbye ... ... ... Oh, okay. Wir sollten also die Szene miterleben. So, hier ist natürlich unendlich laut. What are you? Do I want to know? Holy shit. Hey, what are you doing out of my dreams, beautiful? How about that weather? How nice weather, is it right? Like, what you see, I know, I do. Thought you were someone else. Holy shit. Nice backpack. I'm with somebody. Okay, so we're not just going to do that. Let's look at it a bit. Jeder macht hier mit. Wunderbar. Gentleman. What the hell are you? Sheesh, is this place always so dead? More so than you think. I wouldn't know. Yeah, this place sucks. I'm out of here. I thought coming to LA was going to be more exciting than Arizona. I didn't come all this way just for water-down-boats. Maybe I'm what you came all the way here for. If I hear of anything going on, is there buying, tell you, see ya. Machen wir mal eins. Right. Goodbye. 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 Ich bin auf der Wagen, was? Ich bin nicht Alkohol. Ich bin für Therese, aber ich kann sie nicht finden. Ich muss sie sprechen. Das ist, sie ist nicht zu sprechen. Aber sie will nicht was ich sagen. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Du und ich werden sie nicht zufrieden. Hören Sie mich? Danke. Ich glaube. Eins oder zwei. Eins ist vermutlich der hier. Genau. Sicher, sicher. Also. Normal. Und jetzt richtig. So. Carnival of Death. Ja, das haben wir gesehen, gehabt. Ja. 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 Und das ist er. Doch er, was ohne Schuld ist, hat den ferschten Tornen. Seht ab, Mockner. Du fass deine Pranks, mach lustig meine Wagen. Ist es nur dich? Du bist nur ein Wagen. Nämlich nommst du mich das? Möge ich mich zuerst an, zu einem Kack auf die Tür zu sprechen. Ich bin dein Schild. Wie kannst du mich so fühlen? Das ist das, Dinead. Geh weg von der Wahrheit. Ich werde dir alles beurteilen, wie immer. Bitte, komm in! Ich entschuldige mich für meine Freundin, wenn es dich nicht gefühlt hat. Sie ist unabhängig skandalös, aber in der Club-Business, glaube ich, ich weiß, dass solche Persönlichkeiten nicht notwendig sind. Therese Vormann, ja. Ich bin der Klob-Business, und die einzige Person in dieser Stadt, die in deinem besten Interesse ist. Was bringt dich zu Santa Monica? Nein, das brauchen wir jetzt nicht ansprechen. Tunghs Exile ist selbstimposiert, ich versuche dir. Aber dann, welche Grunde hätte ich nicht, diesen loathsenden Nosferatu-Skandrel? Blöde Nosferatu. Sie sind so... unclean. Genau, unclean ist das Problem mit den Viechern. Euphobias! Don't concern me, just tell him everything's cool. Why do you hate him? He meddles in my affairs. He's a bad influence on my sister and she on him. If you were in my place, would you let him compromise your authority? You most certainly would not. I'd quite like it, if I never had to hear that name again. Then, can you put out the word that you've gotten your feud with him? Want me to find him, kill him, oh. Why would I do that? Let him think I mean to kill him. That way I don't have to worry about him sabotaging everything. Do you realize how his subterfuge makes me look to the Camarilla? That's unfortunate, but I need to see him. Tung and his co-conspirator's actions ruined my chance at partnership in a crucial piece of property. I do have several other promising ventures, and one in particular has been, to say the least, an ordeal. Hmm. I'd be willing to put the word out that my grievances with Tung have been swept under the rug. But in return, you'll have to help me remove a particularly burdensome spirit from a property I'm looking to invest in. Another goddamn waste of my time. Gladly. What do I have to do? A spirit? You mean a ghost? Couldn't I just kill you? But, um, would be willing to help me then, I'm sure. A spirit? Oh, I forgot. You're still new to this. Allow me to break you in. Yes, ghosts exist. Werewolves, mummies, and I'd expect a whole lot of other things I've never seen share the night with us. I don't have time for this Halloween bullshit. Sure, I will do it. What do I have to do to get rid of the ghosts? Rumour is that a personal item of a ghost may be used to draw it out or excise it from its haunt. While I don't put a lot of stock in here, say, it's my last option. So I want you to go to the Ocean House Hotel, find an item of the spirits, and bring it back. If you have to tear the building apart, do so. Three construction crews have already refused to go back to work because they've been spooked, so to speak. Okay. How do I fight a ghost? You don't. They're perfectly harmless. Good. I'll do it if you call off the feud. Oh, I fully intend to do so. You'll find that dealing with me on the whole is appreciably more predictable than dealing with some of the egomaniacs that are my peers. So long as our business doesn't go sour, my word is gold. Sweet. Business. Is that what it's called when a dog fetches a stink? I can appreciate that, or respect that, and I appreciate it. Goodbye. Before I forget, take this. The only way to reach the Ocean House this time of night is through a tunnel in the sewers. You'll need that key to open the gate for that tunnel. Sewers. You can't seriously expect me to wade through such fields. If that's what it takes to get the job done, my motto is mine. Listen, you're young and naive, so I'll offer you this chance one more time. Continued existence versus a beautiful sunrise. I give it serious consideration. If you'll excuse me, I've got situations to set straight. Okay. Die Gesichter sehen leicht merkwürdig aus, zumindest hier. Das Lenker. So, du bist immer noch hier. Ja, und an den Dingern sollte ich mich vermutlich nicht vergreifen. Okay. Oh. High Gold Ring, den ich vorher nicht gesehen habe. Sicher? Dass er vorher schon da war? Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter wegstehen, damit das auch tatsächlich getriggert wird. So, raus hier. Wunderbar. So. Dann gucken wir doch mal. Ah, Theresa asks you to go to the Ocean House Hotel and search for a personal item of this world that haunts the place and bring it back to her. The only way to get to the Ocean House is through the sewers. Okay, lass uns trotzdem mal so ein kleines bisschen hier umgucken. The Smoke Shop. Kann man da einfach rein? Theoretisch. With Thomas Cross. Sind die aus dem Hitman-Universum? Ich meine, vermutlich bis zum Hitman-Universum immer noch besser aufkommen als hier. Aber... Whatever. Salvage Yard. Ja, no trespassing, das hätte ich dir auch sagen können. Das ist der eine Doomsayer. And the end is here. Oh, Bail Bonds. Der Kollege ist tatsächlich hier. Wer hätte das gedacht? Mh. Pizza. Mh. Donuts. Und... Ich frage mal nicht, was es in Nauer sein könnte. Okay, dann riecht aber mit dir. Hi. Welcome to Kilpatrick 24-hour Bail Bonds. My name's Arthur Kilpatrick. How can I help you? You run the space of Zoom. I'm new around here. I just have a few questions. You can stop kissing my ass, fat boy. Nothing now. You run the space of Zoom. Yep, sure do. I'm a third generation bondsman. Got a few employees, but I handle most every aspect of the business. I don't see any employees. I gotta have a few other bondsmen to keep the place open 24 hours. Plus a bounty hunter. I pull the graveyard shift, cause that's when all the crazy shit happens in Santa Monica. Hehehe. Hehehe. Uh, Santa Monica doesn't sound like a good place to be living. Bounty hunter, now that's gotta be an interesting job. You betcha. I used to do some bounty hunting myself back in the day. Takes a solid set of brass balls to make a good bounty hunter, I'll tell you that much. Is the bounty hunter you have now any good? Gotcha. Could I ask you a few questions about something else? Interesting conversation, but I'm taking off. Yep, damn good. His name's Carson, and he's great at what he does when he wants to do it. I can't seem to find him now, though. He's pissing me off, to be honest. I need him to go find someone. Can't you find another bounty hunter? So fire him. Maybe I could find them for you instead. You suppose the bounty hunter you had before Carson? Nah. Well, I don't feel right cutting Carson loose just yet. We go way back. I knew his father, too. Tell you what. Since I'm stuck here, why don't you go look for him? Just real quick. I'll pay you for your time. I suppose a kid, but do it better. Make it breath my while. Of course, where should I look for him? Great, great. I suppose the first place you should look is his apartment in Santa Monica Suites. Apartment 1, I think it is. Maybe you'll find something there to let you know where he's got himself to. Here's a key card. That let you in. What? 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 Oh. I say so, as you said it out if I had any drowning something ugly. Anything wasn't there? Oh, I doubt it. Oh. Oh. Ich hoffe mal, hier geht es auch gut raus. Yes, wunderbar. So, die kleinen Hütten haben vermutlich nichts zu sagen. Ja, ich komme da nicht mal rein. Das ist einfach eine unsichtbare, warum ist hier so viel Blut? Kann ja nicht immer noch der eine Kollege nur gewesen sein, oder? Ja, vielleicht doch. Ja, vermutlich schon. Ja, das Blut ist immer noch hier. So, die 1 Keycard haben wir. Hier, ich mache ein Save for you. Hallo. Ding, dong, day. No one here. A Silver Ring. Da weiß ich doch nicht nein zu. Ja, wir gucken hier uns einfach mal alles an. Auf aid, wow. That's a lot. Hallo. So, you wanna shoot things? Okay, das ist ein neuer Gegenstand. Oh, unser Inventar ist groß geworden mittlerweile. Und now it seems to be saying something about don't copy that floppy, but you can't possibly be reading it right. Das, was ich research brauche, um andere Sachen nutzen zu können, ist natürlich auch interessant. Okay. Uh-huh. Check, check. Is this thing recording? God, I hate these things. Uh-huh. Anyway, the, uh, McGee case is getting weirder all the time. I found where he's been hiding and I saw some really creepy stuff down there. There was, uh, no sign of McGee. I'm gonna follow up on another lead I got, too. I updated the files on the computer. Uh, this is Carson signing off. Man, that sounds stupid. Aha. Was sagt mir erstmal noch so rein? Gar nichts. Uh, McGee. Passwort. I guess we don't know. Imaliya. Aha. Enter. Uh, available menus location. McGee is hiding in the Tattoo Parlor. Okay. Key. Don't forget the key to the Tattoo Parlor. It's on top of the TV. Und das lässt mich einfach nur wieder raus. Genau. On top of the TV. Wow. Dann hätte man sehr leicht übersehen können. Also, so sehr ist dieses Special Islander noch nicht so special, wie ich mir das vielleicht erwünschen würde. Oder ich hab's einfach bisher schon einsetzen können, ohne es gemerkt zu haben. Who knows? So, gucken wir mal ganz kurz nochmal hier bei ihm vorbei. Nee, das gefühlt immer noch nicht wirklich gut, aber alright. So, Tattoo Parlor. Wo war der nochmal? Was gut ist, wir können vermutlich ja da einfach schräg durch. So, da war... Ah, Tattoo. Das ist der sogar. Genau. Okay. Noch ist hier erstmal nicht viel. Ah, ist ne Combat Area. Also, so ist es nicht. Mhm. Ein paar Tattoos sieht man hier sogar. Mehr aber auch noch nicht. Hm, Mo. Können nicht mal hingehen und das Geld hier vielleicht klauen. Denn Geld können wir immer hier brauchen. Okay. Dann hab ich mal ganz kurz so frei und nutze die Macht der Third Person. In der Hoffnung vielleicht so ein paar Sachen voraus. Sehen zu können. Na, guck, Tattoo durch die Dings. Okay. Hm, okay. Hey. Hey, wir haben das gleiche Modell auch hier. Okay. Da ist erstmal hier noch nicht wirklich viel los. Quick Cash for Modeling. Und dann sehen wir hier Hände und Füße. Mhm, okay. Wednesday. Ich mach mal hier ein Foto von... Von der Screenshot. Gimbal Sporthetics. Uh-huh. Hi, this is Gimbal Sporthetics. Hello. Might I speak with Mr. McGee? Oh, I'm using his phone, but he doesn't seem to be here at the moment. Can I help you? Well, I'm not sure. I had an appointment with him a few days ago, but he never seemed to show up. Do you know when he'll return? Um, no, actually, I'm looking for him myself. You are? Isn't that a coincidence? Why are you looking for him? I'm a bounty hunter who skipped bail a few moments ago. He's just an old friend. I'm a cop. This is an ongoing investigation. That's none of your business. Uh, hmm, huh. I don't know. Wouldn't Bounty Hunter announce why he's here? Uh, he's just an old friend. Oh, I see. Could you answer a few questions for me? I'd be delighted to. Why don't you come down to my office and we'll talk about it? Where are you located? I'm at the end of Main Street, small basement studio. The sign says Gimbal's prosthetics. Just ring the buzzer and I'll let you in. Das kann nur schief laufen. Sounds gut. I'll be there in a while. A little while. So, um, ich gehe mal nicht davon aus, obwohl das hier schon fast danach aussieht, als wäre da vielleicht was. Aber da ist nichts. Okay, hier ist wirklich sonst so überhaupt. Nichts, ey. Hm, schade eigentlich. So ein bisschen mehr hätte ich mir dann doch erhofft. So, dann, ja, denke ich, gehen wir auch tatsächlich einfach zu Gimbal da über. Und gucken mal, wie sehr das schief laufen wird. Sehr klein, das ist alles noch nicht so gut. Gerade jemanden zu haben, der scheinbar nicht einfach so Leute reinlässt. Oh, das hätte ich auch ohnehin nehmen. Dementsprechend mal ich einmal ganz kurz nochmal hier. Ein Quicksafe. Yes, may I help you? I'm on a blood drive. I could use some sunblock. Oh, I don't think so. Hello, I spoke with you on the phone a little while ago. Oh, right, right. I'll buzz you in. Thanks. Hello, welcome to Gimbal's prosthetics and medical supplies. You are here about the missing Mr. McGee, am I right? Oh, yes, forgive me, my name is Gimbal, Stanley Gimbal. But, oh, dear, let us dispense with formalities. You can call me Stan. Um, tell me a little about yourself, Stan. Me? Oh, I'm just trying to make things a little easier for those who find themselves. Disadvantaged. Give me a helping hand, you might say. A leg up. Bloody clever, that one. Yeah, what a laugh. Now about Mr. McGee. Hmm? Oh, oh, right, right. Mr. McGee. Well, as I told you, he was supposed to show up a few days ago for a photography session. Reference for my work, that kind of thing. Ah, da haben wir auch das mit den Bildern und in his own buddy, didn't show up. No, he didn't. Earlier, I had asked him to take a few pictures of himself for my perusal. A sort of, um, resume, you might say. And that was the last I'd heard of him. I see. Does the name Carson ring a bell? Carson? No. I don't think so, anyway. Oh, oh, look. I know I've got some information on Mr. McGee back in my files. Do you want me to try and dig it up? Uh, yeah, that sounds great. Don't mention it. Just wait here a moment, and I'll be right along. Thanks. Oh, you have such beautiful arms. They absolutely must have them. What? Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh, oh. Okay, also ich sollte ihm da nicht reinfolgen. Das hatten wir gesehen. Äh, noch trau ich der Sache ja so überhaupt nicht. Meine Frage ist, ob ich hier was von hätte. Könntet ihr euch einfach wieder rausgehen. Könnt ihr ihr ihm weiter folgen? Ne, beinahe. Ähm, wir hatten draußen gespeichert. Will ich hier nochmal speichern? Äh, also noch. Lahren sich sehr fragwürdig aus. Ach, du heilige Makrele. Okay, da hinten ist er nicht. Ja, sehr unangenehm. Meine Frage ist, ob man gerade überlegt, das wie Ausbecks zu nutzen. In der Hoffnung vielleicht was zu... Hintergutgeräusche sind leicht unangenehm in dem Spiel. Ähm, okay. Ich mache jetzt trotzdem nochmal einen Save. Ich meine, die Richtung haben wir jetzt eingeschlagen. Ist jetzt so. Und... Einfach nur, um so ein bisschen mehr zu sehen. Hm. Okay. Noch sehe ich hier so rein niemanden. Ich gehe... Ich kann da auch gar nicht rein, scheinbar. Where did she... Okay. Dann ging da nochmal ein Ticken weiter. Oh boy. Hm, nehm. Bloodpacks. Sure. Ist nicht meiner. Jetzt schon. Ja, echt creepy hier. Hm. Trau mich dazu geben, nicht so einfach rein zu marschieren. Aber hey, here we go. Telefon. Hm, sonst ist hier so rein gar nichts, ey. Hatte gedacht, man könnte da vielleicht irgendwelche Informationen bekommen. Oder natürlich alternativ, dass es so nahe Raum wäre, wo man einfach eingesperrt wird. Hm. Da ist noch sehr fragwürdig. Jetzt einfach nur munter nach unten. So. Äh. Lass uns mal wirklich rein Hände gehen, falls der meint, uns anzugreifen. Oh boy. Yeah. Okay. Ich denke mittlerweile kann man hier relativ schnell sagen, hier passiert mehr als nur. Oh, ich finde die Matratze. Holy shit. Da war mal jemand wirklich drin. Oh, hier geht's munter weiter, ne? Wow. Was haben wir denn hier so feines? Buch. Kiste, die ich nicht anrühren kann. Bilder, die wir oben schon gesehen haben. Mhm. All right. Creepy, creepy, creepy. Ja, hier ist ziemlich viel Blut am Boden. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht also reinmarschieren. Ich tue es trotzdem. Hm. Oh boy. Haben wir jemanden, der leicht durchgeknallt ist, vermute ich mal. Jetzt einfach munter rein, ey. Oh boy. Oh shit. Oh, Gimper? Who, Gimper? Yeah, Gimper. That guy's been taking pieces off of me and McGee over here for the last three days. He's crazy, man. Freaking crazy. Okay, now how do I open the door? Oh great, hi. What are you doing here? Oh wow. Wow. Ho 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 ho, wow. Wir aber auch. Der Kollege hat so überhaupt nichts zu lachen. Jetzt machen wir den mal für die Zeit noch mal ein bisschen schwächer. Der Kollege hat so überhaupt nichts zu lachen. Thanks, man. You're a lifesaver. I wasn't sure I was gonna make it. I'm telling you, I've been on some weird cases, but this one takes the cake. Your cousin, I take it. Yeah, yeah, that's me. How did you know? Arthur Kilpatrick sent me. He did? Oh man, that's solid. I owe that guy big. I hope I can figure out a way to get him back for this. He's got some work for you, so you should head back to the office. What? Oh no, man. No, no, no. Not for me anymore. Look at my hand. Gimbal took my trigger finger for a trophy. I'm all through with this business. I hate to leave Arthur in a lurch, but that's just the way it is. Ascent. Well, I will give him the bad news. See him. Man, you ain't no foregoi. Later. You heard that dog barking? I think it's Audiella. I'm out here. Thanks again. Don't worry. I'll take care of old Stumpy here. So, was haben wir denn hier noch so... Scheinbar so überhaupt nichts. Okay, also wir haben der Person geholfen. Das ist das Wichtigste. Okay. Fine. Jetzt haben wir einen Arm an unserer Seite. What the fuck? Ich könnte den vermutlich sogar nutzen. Brawl Combat Requirement. Damage Potential 20. Wow. Also, so viel wie es on a... Probably misses it. You can still put it to cutieus. Yeah. We won't. Okay. Damit haben wir hier jemandem nochmal geholfen. Great. Und dann würde ich sagen... ...werden wir auch das Quest für heute nochmal abschließen. Und dann beim nächsten Mal mit der, denke ich mal, eigentlichen Sache weitermachen. Creepy. Creepy. Ja, und dann machen wir uns da noch auf den Weg hin. So, das war... Genau, hier hinten können wir einfach langladen. Hier, hier hinten? Was ist hier hier hinten eigentlich? Okay, einfach erst mal nur zu. Der Tootoo-Laden, da waren wir durch. Genau. Da war auch sonst soweit nichts mehr. Oh boy, beim nächsten Mal geht's dann in die Sewers. Da bin ich ja mal wirklich gespannt, wie man da durchkommt. Denn das ist eine der wenigen Sachen, die ich weiß. Es soll angeblich sehr komplex sein. Hey, da. Ich brauche ein Date. Hey, da. Hey, was ist das? Was ist das? Ich habe auch schon Karten, und zwar Sie sind nicht in der anderen Seite gekommen. Was? Nicht in der anderen Seite? Was bedeutet, sie ist nicht in der anderen Seite gekommen? Was Sie kommen? Moving on, he never liked you anyway. Oh, come on. His trigger finger would cut off. What did you need Carson to find? What's the problem? Sorry, but can you pay me now? What did you need? His girlfriend put up for the bond, and now he missed the court date. I can't get in touch with either of them. Want a job? I might be interested, I don't know, what would I have to do? You haven't paid me for finding Carson yet. Oh, yeah, yeah, yeah. Sorry about that. Here you are. Thanks. Ich würde ganz gerne wissen, was wir da jetzt bekommen haben. Updated, completed. Und 200. Nice. I bought the job. Well, it won't be much of a job, since you ain't licensed and all, but until I can get me another bounty hunter, I need you to find out if this guy skipped town or what. Uh, yeah, so you just want me to find out if he's here or not. Sounds fun, you've got a deal. Great, great, alright. The guy's name is Mike Durbin. Goes by the name Muddy. His girlfriend put up for his bond. She lives over there above Tripp's bond shop. Her name is Marion Murrieta, but I haven't been able to get in touch with her. Okay, this is with a pawn shop. Uh, sounds dangerous. Do you know where I can get a gun or two? Whoa, what's this guy's record like? Well, he was brought up on manslaughter charges years back, but he got acquitted. Since then, he's been in and out for this and that, small-time stuff mostly. Ah, manslaughter. Yes. Fun. What did he do in this time? Most recently, he was brought in as part of a big case on stolen auto parts. It's this big chop shop thing that's going on in Santa Monica, but in the paper. Okay, so above the pawn shop, right? That's right. Marion Murrieta, in them crappy places above the pawn shop. Find out where the hell Muddy is, where is he going, whatever. But be careful, you're not licensed, and if anything bad goes down, I don't know you. You hear me? Yes, I hear you. Ähm, I had a few questions, und der Mama macht yes. Alright, come back when you got some info. Thanks in advance. I want to know about the few players in town. No, sind durch. Wunderbar, dann haben wir auch hier gleich einen weiteren Job bekommen. Hast du da was drin, was für mich? Ja, okay. Dann, würde ich mal sagen, mit dem neuen Job hier schon, in unserer Tasche, werden wir trotzdem für heute, denke ich, einfach mal zum Ende kommen. Ich will nicht damit gerechen, dass du versuchen willst, das Ding sofort zu öffnen. Oh Gott. Gut, so wissen wir brauchen eine 5. Ich weiß nicht, wie Blood, 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 Buffy ist es, wie das in der Hinsicht funktioniert. Ob man dann, einfach so gesehen, jetzt plus 2 bekommt. Weil wir haben ja 3, das würden uns auf 5 bringen. Wir hatten ohne Hilfe von 1 auf 3 das geschafft. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert. Dann vielleicht irgendwann mal testen. Aber für heute haben wir uns erstmal nur, denke ich, erstmal so ein bisschen Richtung Main Street nochmal begeben. Damit wir dort, da beim nächsten Mal weitermachen können. Ja, ich bin sehr definitiv gespannt, wo das Ganze hingeht. Aktuell sind wir logischerweise noch so ein bisschen am Anfang. Heißt also, die ganz großen Sachen sind uns natürlich noch nicht entgegengeworfen worden. Aber man lernt so ein bisschen die Charaktere kennen, die Mächte, die hier vermutlich ein bisschen häufiger auftauchen. Gerade, denke ich, die beiden Mails von dem Asylum werden eine größere Rolle spielen. Und was da hier mit Trips oder über Trips Pawn Shop abläuft, das finden wir beim nächsten Mal raus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hey, ich verabschiede mich. Und bis dann. Und bis dann. Vielen Dank.